Beziehungen zu Menschen sind seit jeher in verschiedensten Kommunikationsvariationen vorhanden. Das heißt eigentlich Beziehungen zwischen Menschen, die nun seit grauer Vorzeit auf diesem Grubus herumspazieren. Wie wir in 2001, A Space Odyssey, einem Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968 sehen können, gab es Formen vorsprachlicher Kommunikation, die den Bezug zum sozialen Envimen zur Wir-Gruppe sozusagen öffentlich bewiesen. Da sich Sprache aus mehreren Komponenten zusammensetzt, ist klar. Vokale, Konsonanten, also Töne mit und ohne zusätzliche Schwingungsproduktion, auch unter Einsatz der Zunge und Zähne, sowie das Rachenraum. Lauter und Töne aus dem Hals, all diese Frequenzen und Wellen können beispielsweise in einem Tonstudio sichtbar gemacht werden. Jeder Sprecher, jede Sprecherin erzeugt einzigartige Töne und Sprechweisen in verschiedensten Stimmlagen. So ist es verständlich, dass Menschen in Wahrnehmung ihrer Umwelt, nicht nur selbst, also mit der Stimme oder mit dem Körper oder mit der Körperbewegung, sondern auch mit Hilfsmitteln, wie Stecken oder Sticks aus diversen Materialien, wie Holz, Metall oder Pflanzen, Töne reproduzieren. Auch Tiere produzieren lauter Töne und Geräusche. Menschen haben immer versucht, das Gehörte nachzuspielen oder zu imitieren. Interessante Topri in der Beziehungs- und Musikforschung sind sowohl soziologische als auch psychologische Konnotationen und das Verbindende. Connectivity zwischen Menschen mit Musik in Produktion, Performance und als Aspekt der Sozialisation. Der Unterschied zwischen Music Science und Musicology ist nicht nur die Melodie, sondern auch der Ansatz. Einerseits wissenschaftlich und andererseits wissend. Arbeitsweisen und Methoden sind dabei ebenso differierend wie unterschiedliche Musiken und das Verständnis von dem, was Musik ist. In der Serie Beziehungen zu Menschen von Civil Music treten Menschen interaktiv in Kontakt, sprechen über die sozialen Aspekte von Musik und können online oder per Telefon ins Gespräch einsteigen. Die Nummer ist plus vier, drei, sieben, zwei, null, fünf, eins, acht, eins, neun, sieben. Wir freuen uns über jede Spende. Viel Spaß mit Okitok Radio und Civil Music in Beziehungen zu Menschen. Civil Music für Okitok 2019. Civil Music for Okitok 2019.